Das ist ein Minecraft-Gesicht und das will ich jetzt aufhören. Was ist denn das, Julian? Ein Minecraft-Gesicht. Wie Minecraft. Ein Minecraft-Gesicht. Aha, dann machen wir auf. Ich kann das schon alleine. Sehr gut. Ja, ich hab Böse. Papi, die schwarzen davon. Die sind böse. Ich mach das alleine. Ja, dann mach du das alleine. Das ist ein Amazing. Nein, das ist ein Amazing. Das ist ein Hardtruck. Das geht dann unten weiter. Papi, das geht dann unten weiter. Das ist ein Minecraft-Gesicht. Das ist ein Minecraft-Gesicht. Das ist da unten. Die andere Seite. Da kannst du erst abziehen. Ich kann das erst abziehen. So. Kann ich abziehen? Bau doch erst mal auf. Und den kann man so abziehen. So kann man das schon machen? Nee, das passt noch nicht. Ich seh dich. Oh, oh. Das ist noch nicht fertig. So, ich glaube es ist falsch rum. Wo kann man da durch? Du müsstest erstmal das hier aufsetzen, aber das pass ich nicht durch. Oder falsch. Und du auch nicht. Könntest du das noch durch machen? Das müssen wir aufschneiden, ich habe keine Schäfe. Okay. Lass mir das einfach weg. Also kannst du es holen. Dann setzt du das Ding einfach wieder auf. Du bockst nicht das. Ah, falsch rum. Okay. Au, ja, richtig. Great. Papi, hast du die Angst? Ja, ja. Ich muss mal ein bisschen weiter weg gehen. Ich habe Angst in meine Hand. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Papi, ich sehe dich durch die Lacher hier. Genial. Papi, das ist schön. Das ist schön. Dann laufen wir ein bisschen rum. Was jetzt? Ganz klasse. Klasse sieht das aus. Das ist schön. Ja, ja. Ich sehe ihn. Das finde ich jetzt ein bisschen klein. Gib mir mal. Das ist schön. Das ist schön. Das ist die Axt. Mit der Axt. Ich schau dich auf den Kopf damit. Ich schau dich auf den Kopf damit. Ich schau dich auf den Kopf damit. Papi, Papi ist unten. Und danach, du bist dann der Brüder, Luigi, ich Mario. Ja, aber nicht jetzt.